Herzlich Willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lernkräftebildung Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Plensburg. Verlaufsdiagnostik Teil 2a Lernverlaufsdiagnostik Dieses Video ist eine Ergänzung zum Video Verlaufsdiagnostik Teil 1, eine Einführung. Wir empfehlen, dass Sie mit diesem Video beginnen, falls Sie es noch nicht angesehen haben. Im vorliegenden Video wollen wir Ihnen zeigen, wie Verlaufsdiagnostik im Unterstützungsbereich Lernen eingesetzt werden kann und Ihnen mit Lefumi exemplarisch ein Beispiel für Lernverlaufsdiagnostik vorstellen. Wir möchten erreichen, dass Sie Lernverlaufsdiagnostik kennenlernen und Sie dazu anregen, diese in inklusiven Unterricht einzusetzen. Im ersten Teil dieses Videos haben wir beschrieben, was Verlaufsdiagnostik ist und welche Möglichkeiten sie für einen inklusiven Unterricht bietet. Inklusiver Unterricht gelingt dann gut, wenn er präventiv handelt und Stolpersteine bereits im Vorfeld identifizieren und ausräumen oder mindern kann. Verlaufsdiagnostik ist dafür ein wirkungsvolles Instrument. Sie betrachtet Entwicklungsprozesse bei Lernenden und kann durch den Vergleich von tatsächlichen mit gewünschten Entwicklungsprozessen Hinweise auf Unterstützungsmaßnahmen geben. Das Verfahren ist etwas aufwendiger, aber für Einzelne gut durchführbar und die Auseinandersetzung mit den Entwicklungsprozessen hat insgesamt einen positiven Einfluss auf Unterricht und ist förderlich für alle Schüler und Schülerinnen. In diesem Video möchten wir Ihnen nun Verlaufsdiagnostik für den Unterstützungsbereich Lernen etwas näher darstellen. Eine gute Lernverlaufsdiagnostik erfasst den gesamten Lernprozess eines Schülers oder einer Schülerin und identifiziert dort die individuellen Stolpersteine. Daraus lassen sich dann gezielte, effektive Unterstützungsmaßnahmen ableiten. Voraussetzung dafür ist, dass der Lernprozess, also der gewünschte Lernweg, bekannt sein muss. Da Lernen sehr komplex ist, konzentriert man sich hier auf einen eng umgrenzten Bereich, bei dem sowohl der Ausgangspunkt als auch der Endpunkt, also das Ziel, feststehen müssen. Dabei werden auch Vor- und Teilfertigkeiten berücksichtigt, die notwendig sind, um ein Ziel zu erreichen. Diese werden im normalen Unterricht nicht immer explizit angesprochen, sondern manchmal stillschweigend vorausgesetzt. Sie sind aber ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Bewältigung einer Lernaufgabe. Wenn der Lernprozess eines Kindes so detailliert betrachtet wird, können durch den Vergleich mit dem gewünschten Lernweg Stolpersteine identifiziert werden und es wird sichtbar, wo genau Probleme auftreten. Entsprechend können nun Lösungshilfen für diese Stolpersteine angeboten werden, damit das Kind genau diese Hürden bewältigen lernt. Zur Überprüfung des Lernprozesses gibt die Lehrkraft dem Kind Aufgaben, die die gewünschten Fähigkeiten prüfen und erhält durch deren Auswertung sogenannte Messpunkte. Da fortlaufend geprüft wird, müssen die Aufgaben selber variieren, sonst würden die Antworten schnell auswendig gelernt und es wäre keine Entwicklung mehr sichtbar. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Aufgaben immer das gleiche Schwierigkeitsniveau im festgelegten Anforderungsbereich abfragen. Nur dann kann die Lehrkraft anhand der Messpunkte Aussagen über die Entwicklung in diesem Bereich machen und gleichzeitig ablesen, ob die Unterstützung hilfreich war. Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt hierbei auf Grundlage des individuellen Potenzials eines Kindes und orientiert sich auch an den Erfordernissen der Situation. Waren der Unterricht oder eine Unterstützungsmaßnahme nicht erfolgreich, müssen diese angepasst werden. Dies wird so lange fortgesetzt, bis das Kind den gewünschten Lernerfolg hat. Damit ist das Ziel erreicht und die Lernverlaufsdiagnostik kann zumindest in diesem Bereich abgeschlossen werden. Vor, während und nach der Durchführung einer Unterstützungsmaßnahme wird das Kind fortlaufend und häufig überprüft und die Ergebnisse werden zeitnah dokumentiert und ausgewertet. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt anfänglich den aktuellen Stand des überprüften Kindes. Die Ergebnisse der folgenden Messungen dokumentieren den Verlauf des Lernprozesses und machen die Entwicklung sichtbar. Messungen nach Abschluss einer Maßnahme zeigen, ob diese einen dauerhaften Erfolg erzielen konnte und der Schüler und die Schülerin diese neue Fähigkeit auch beibehalten kann. Durch die vielen Messpunkte werden schon kleine Änderungen sichtbar. Eine positive Entwicklung zeigt die Wirksamkeit einer Maßnahme an, sodass diese fortgesetzt werden kann. Entsprechend wird bei einer negativen Entwicklung die Maßnahme ausgetauscht. Dabei ist es wichtig, im Auge zu behalten, dass viele Faktoren die Messergebnisse beeinflussen können, etwa durch die Tagesform oder unterschiedliche Personen, die die Messpunkte erheben. Daher ist weniger der einzelne Messpunkt als vielmehr die Entwicklung der Werte entscheidend. Die Auswertung erfolgt im Rahmen der individuellen Möglichkeiten des Kindes und berücksichtigt auch die aktuellen Rahmenbedingungen. Ein entsprechendes Feedback kann gezielt eingesetzt werden, was sich sehr positiv auf die Motivation und damit auf den Unterstützungsprozess auswirken kann. Wie man sich vorstellen kann, ist die Durchführung von Verlaufsdiagnostik relativ aufwendig. Daher ist es für Lehrkräfte eine große Erleichterung, auf geprüfte Verfahren zurückgreifen zu können. Es gibt bereits verschiedene Angebote und im Folgenden möchten wir eines exemplarisch ein bisschen näher vorstellen. Lefumi steht für Lernverlaufsmonitoring und ist eine Online-Plattform, die von Markus Gebhardt und Kolleginnen und Kollegen entwickelt wurde und die kurze und gut durchführbare Tests unter dem angegebenen Link anbietet. Anmeldung und Verwendung sind kostenlos und auf internetfähigen Geräten verfügbar. Aktuell werden Tests und Materialien für die Bereiche Deutsch, Mathematikbruchrechnung, Mathematikgrundlagen sowie Verhalten und Empfinden angeboten. Die Tests können sowohl gemeinsam mit der Lehrkraft als auch selbstständig durch die Schüler und Schülerinnen durchgeführt werden und die Auswertung erfolgt automatisch. Neben umfangreichen Informationen wie Lehrkrafthandbüchern, Blog, Newsletter sowie einem YouTube-Kanal mit Erklärvideos werden auch Fortbildungen zum Umgang mit der Plattform angeboten. Die Bedürfnisse von Kindern mit Unterstützungsbedarf werden ebenso berücksichtigt wie die von Kindern mit Migrationshintergrund. Das Verfahren wird laufend weiterentwickelt und wissenschaftlich betreut und es besteht die Möglichkeit des persönlichen Kontaktes mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Projektes. Da bei Verfahren wie Lefumi viele Prozesse wie das Testen und die Auswertung automatisiert sind, bieten sie eine große Hilfe beim Einsatz von Lernverlaufsdiagnostik im Unterricht. Unser Fazit. Verlaufsdiagnostik ist ein wirkungsvolles Instrument, um inklusive Bildung erfolgreich zu unterstützen und sie kann auch im Bereich Lernen sehr gut eingesetzt werden. Schon das Wissen um die Lernprozesse und ihre verschiedenen Teilaspekte fördert guten Unterricht, von dem alle Schüler und Schülerinnen profitieren. Die Ermittlung eines individuellen Lernprozesses hilft, geeignete Unterstützungsmaßnahmen zu identifizieren. Da diese im Verlauf der Diagnostik ebenfalls überprüft werden, wird die Wirksamkeit der Maßnahmen sichergestellt. Die Dokumentation der Ergebnisse ermöglicht ein zeitnahes Feedback über den Unterstützungsprozess und die Entwicklung eines Kindes. Dieses Feedback kann genutzt werden, allen Beteiligten, auch Eltern oder anderen Bezugspersonen, schon kleine Erfolge deutlich zu machen und diese zu würdigen. Das ist sehr motivierend und steigert ebenfalls die Erfolgschancen der Unterstützung. So kann insgesamt festgehalten werden, dass der Einsatz von Lernverlaufsdiagnostik etwas aufwendiger sein mag, aber am Ende alle Beteiligten davon erheblich profitieren können. Wenn Sie möchten, setzen Sie sich zum Abschluss mit folgenden Anregungen auseinander. Entwickeln Sie für ein konkretes und eng umgrenztes Thema einen gewünschten Lernweg. Erstellen Sie eine kleine Aufgabensammlung, die zur Lernverlaufsdiagnostik für Ihr Thema eingesetzt werden kann. Überprüfen Sie anhand der Kriterien, die wir für gute diagnostische Verfahren wiedergegeben haben, ob Ihre Aufgaben den Anforderungen entsprechen. Nutzen Sie dazu auch unser Video Verlaufsdiagnostik Teil 1, eine Einführung ab Minute 12, 55 Sekunden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link und bei Twillow.de. Scannen Sie dazu einfach die QR-Codes. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiteren Nutzung freigegeben. Bei genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte diese Ansicht.